Ja, da sind wir wieder in L.A. Noah. Und in L.A. natürlich auch. So. Danke. Ich hab dich auch lieb. James Belasco? Ich will einen Verwalt. Das ist mein Auto und ich habe das Beweis hier. Schau dich an dich selbst. Geh zu sprechen. Niemals wird dir etwas intelligenter sagen. Du hast einen Blut, wie ein Blut von mir. Lass ihn auf meine Seite. Sieht auch wieder echt aus. Ist ja doof. Kacke. Hm. Ja, hat wieder die Markietrugerei. Gut. Dann hätte ich da mal ein paar Fragen. Und zwar Kurier für gestuhlene Autos, hä? Entweifeln. Verbindung zu Archer. Glaub ich ihm mal. Oder auch nicht. Schade. Ja. Aha. Okay, und gestohlene Autos im Lagerhaus? Ich twavel's auch mal wieder an. Ein Ort auf Industrie. Ich weiß nicht die Nummer. Du kannst mich helfen, oder? Keep talking, kid. Wir sehen, was wir können. Gut. Okay, James. Wir werden uns aufhören, ob diese Informationen ist. Und wenn es ist? Ich brauche deine Hilfe, Alter. Wenn es ist, dann wir wissen, dass du ein Mann von deinem Wort. Und so will die V.A. Du bist Phelps, oder? Ja, ich bin. Look, können wir das später machen? Ich bin in der Mitte. Ray Pinker. Ich bin mit Technical Services. Die Pinkslips sind alle real. Ja, wir wissen das. Es ist nur eine Firma, die Prints dem in California. Die Marquee Printing Company. Sie haben das die Zahlen verwendet. Du hast sie gesehen? Sure. Sie sind auf Aliso Street, neben der San Pedro. Ja, ma'am. Der Mann, ich sprach, war Lightball. Gordon Lightball. Hier. Ich habe es geschrieben. Danke, Ray. Das ist ein großer Lied. Wir werden da unten, so schnell wie wir können. Ich habe gesagt, wenn du ein Prints, dann bin ich auf dem Prints. Vielen Dank. Bringt mir erst mal gar nichts. Ich habe meine Mutter, nachdem ich ihn schweate. Ich habe gesagt, dass ich ihn schweate. Phelps, dein GTA-Suspekt, Gene Archer. Spottet von einem Patroniker. Western Union Office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street, if you run. Okay. Ich glaube, das war hier hinten. Ja. Okay. Dann rennen wir mal hin. Schnell, 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 schnell. Wir wollen Gene Archer. Ja, ja. Ich habe gerade eine Bank überfallen. Weg hier. Rächt sich meine Waffe. Nein, tue ich natürlich nicht. Ja, ja. Ich habe getrunken und alles und bin böse und fresse kleine Kinder und so weiter. Western Union Filiale. 16.01. Ja, toll. Und jetzt chillen die sich da rein. Ja, toll. Jetzt chillen die sich da rein. Aber ich bin nicht mit ihm. LAPD. Wir nehmen es von hier. Gott, verdammt. Jeder ist gegen mich. Schau. Lass mich meine Geld und rauskommen, okay? Du siehst süß. Wie geht es um eine Frau einen Freude zu geben? Das könnte sehr schön sein. Ich bin schaue, dass ich das nicht tun kann, Frau Archer. Stefan, kenne für ein kleines und weißes. Es ist nur mein Glück. Ich habe den einzige Haar-Sher-Cop in der LAPD. Gestohlener Kaiser-Fraser. Das Auto, das du zu Coombs verholt hast, Frau Archer. Es wird kein Geld geben. Ich habe mir alles richtiges Papier geholfen, als ich es verholt habe, Buster. Das Auto, das war's. Hm, Verbindung zu Belasco. Ach, kacke. Hm, dafür. Ja, gut. Schade. Gut. Shit happens. Ha, wenn die auch so nach unten schielt, kann ich ja nix machen. Gut. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal bei der Marquis-Druckerei. Na, Gene Archers Adresse interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Ist das mein Auto? Sieht so aus. Und ich hätte gerne mehr als 17 Frames. Ja, geht doch. So, fahren wir nochmal zur Marquis-Druckerei. Nein. Ha, in das First Cheat, da könnte ich auch nochmal was in Erfahrung bringen, wenn hier irgendwo so ein Polizei-Melder ist. Und ganz zufällig... Ha, nicht so schnell rennen. Hallo? Möchtest du? So, was nächstes? Ja, anscheinend nicht mit diesem Melder. Ja. Back to Marquis sagt er, ja. So, vielleicht gebe ich diesmal wieder was. So, vielleicht gebe ich diesmal wieder was. Friendly girl. Used to getting her own way. Little did she know, her feminine Charms were useless against the impenetrable Coal-Felps. She's not my type. And what is your type, Felps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait. Scrap that second half away. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep. I'm with you on the blogs. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good red head. But I draw the line at Greg. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a food market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Mmhm. Mmhm. Interessanter Kerl. So, vielleicht kann ich ja jetzt mal mit dem Herrn Lightfall reden. Der ist ja nicht besonders... Mh. Ja. Ne? Informativ gewesen. Bei unserem ersten Besuch. Ja, jetzt geht's plötzlich. Interessant. Wissen. Überla. Diebstahlgeschäft. Mr. Lightball, we're currently working two Auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Hmm. Can I know? We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightball. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots for selling blank documents to a criminal organization. Mmhm. Hat mir jetzt sehr, sehr weiter geholfen, ja. Also wenn ich die Wahrheit sagt, guck dir uns an. Gut. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Anscheinend nicht. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Huh. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightball? Who would like to cross check against the Coombs Automotive Emporium? It's a little out of the ordinary detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ne Lüge ist es nicht. Surely that isn't confidential information, Mr. Lightball. Not for me to say. It would be better if you got permission for my clients. Na toll. Verkackt. Sorry to bother you sir. We'll let you know if there are any developments. Listen, I'm busy. You know where the door is. Ich würde das eigentlich gerne nochmal machen. Aber da müsste ich sehr viel neu machen. Na toll. Yeah. Kacke. Scheiße. Verkackt. Ficken. Ah, ich glaub, ich könnte mir vorstellen, was jetzt kommt. Hm. Ich weiß nicht, was wir da genau wollen. Hm, ich glaub, wenn ich mir jetzt echt so recht überleg, will ich da doch nicht hinfahren. Ja, nee. Gut. Komm. Komm mal raus. Lassen wir doch mal den Bekovski fahren. Was auch immer bei Fremont Avenue geht. Habe keine Vorstellung. Ich höre. Ich könnte mir klar wissen, ob der Archer Broad gibt uns eine falsche Notagen gegeben hätte. Cool. Toller Hinweis. ja, Markiedrückerei untersuchen, mal wieder toll danke für den Hinweis da fahren wir halt nochmal hin vielleicht bekomme ich ja doch noch was raus da war ich jetzt mal zu bezweifeln allerdings, was soll ich machen außer zur Industrial Avenue zu fahren aber ich würde eigentlich schon gerne nochmal mit dem Typen hier klar Schiff machen ähm, ich gehe hier einfach mal rein und schaue einfach so rein wird schon nichts dagegen haben schauen wir einfach so rein 3 Boxe hm hm, keine Ahnung 3 Boxes Small sind ein bisschen, ne, nicht wirklich Industrial Street gut, ich habe hier nichts angeschaut Mr. Lightball ich war hier nur zum, zu Besuch ne und ich mache jetzt einfach den Fall hier noch fertig in den Part rein nicht, dass ich dann wieder das nicht, dass ich dann wieder das ja, Markiedrückerei nicht, dass ich dann wieder das Problem habe, dass ich dann zu wenig Zeit, äh, zu viel Zeit noch übrig habe äh, äh, äh ert Ja, ich bin ja auch doof. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock zu fahren. So, hier. Hier soll es hingehen. So. Ich habe eigentlich keinen Bock, dann wieder das Problem zu haben, dass ich noch zu viel in den Part bringen könnte. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier in den Part und der wird dann einfach ein bisschen größer. Zumal ich jetzt auch noch einen Tag nicht hochgeladen haben werde. Oh, oh. Sieht noch einer Schießerei aus. Ähm, noch nicht. Okay. Habe ich den? Ich denke, Halte RB. RB ist das hier. Äh, ne. 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 Okay. Ups. Nicht erschießen lassen, Cole. Komm raus. Ups. Vielleicht sollte ich auch über Entdeckung gehen. Mir geht es gerade nicht allzu gut. Ah, Kopfschuss. Oh. Oh, oh. Da hat einer eine dicke Knarre. Ups, und da lagts. Dem Cole geht es mal wieder nicht so gut. Und hier ist es auch gerade ein bisschen laut, fürchte ich. Können wir mal die Farbe wiederkommen? Also, ich mache mir mal die Farbe wieder. Oh, ich mache euch das. Ups, ich war es nicht, äh, war hier Reload, ja, war Reload, hier ist noch jemand. Das hab ich immer noch nicht. Hallo, kommst du mal raus? Ja, jetzt hab ich ihn. Und jetzt brauch ich noch den hier. Okay. Okay. Ups. 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 Nee, 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 nee. Okay. Ähm. Hier ist auch noch einer, ich hab dich gesehen. Gut. Gut. Durchdrücken. Oh, eine Pumpgun. Beziehungsweise Schrotflinte. Okay. Okay. Okay, okay. Don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Und einfach mal die Knarre wegwerfen. Hier ist doch was. Was ist das? Ah, 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 ah. Steven Bigelow, 58 Industrial Street. Wahre genau prüfen. Mhm. Okay. Okay. Marquee Printing Company. Heh, es ist nichts wie direkt nach die Schrift. Richtig. Was ist das? Lightfall. Okay. Eine Betriebsflinte. Es sieht aus, wie Herr Lightfall auf einer Verlustrecke war. Hm. Es gibt genug Schlinten, um sie zu stehlen, bis zum Weihnachten zu stehlen. Wir haben einen Weg mit pink Schlinten und stehlen Fahrzeuge, die direkt zu deinem Tür, Bigelow. Du bist das auf deiner Nacken. Aber ich glaube nicht, du bist der Mann in charge. Mach es leichter auf dich selbst. Gib ihn ab. Ich musste mit Fahrzeugen arbeiten mit Kostümmern. Du schraubst hier und schießt den Ort, wie es die Ballade der Bulge ist. Ich kann dir nichts geben. Okay. Wir wissen über Marquee Printing. Du kannst es leichter auf dich selbst machen, indem du uns deinen Mann auf der Innere geben. Mh-hmm. Okay. Okay. Mh-hmm. Mh. 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 Sie sollten nicht mit ihnen bringen. Wir hatten keine Chance. Wir haben die Begründung des Begründungschecks von jemandem, der versucht, deine Gehirn auszulösen, und die Begründung des Inocentes für den nächsten Mal. Ja, besonders wenn er sich verletzt wird. Die Leute wie Bigelow spenden so viel Zeit überzeugt, dass sie sich nicht falsch machen, dass sie eigentlich starten zu glauben. Sie werden schlappen. Bigelow, Lightball, all of sie. Wenn sie nicht, wer weiß, wie lange sie das Racket haben könnte. Komplacität oder Gründe? Es ist immer eine der zwei, die sie schlafen. Na, hat er recht. Der Bikowski. So. 16.49 bei der Marquis-Druckerei. Gut, Herr Lightball. Wir kommen zu dir rein. Ah, halt die Klappe. Ähm. Was hat er gesagt? Ja, okay, dann sagen wir, er lügt wegen den Wettscheinen. Gut, Herr Lightball. Wir haben bereits alles, was wir brauchen, um dich zu senden. Ich habe genug genug. Du hast weder einen Schrauben von Begründung, oder ich kenne meine Begründung. Um. Ja. Wir sind in der Hunde mit der Organisation. Wir wissen über die Begründung, Lightball. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ich bin bereit, dich in irgendeinem Weise zu helfen, Detective. Ich werde Namen nennen. Ich brauche, dich aus dem Papier zu halten. Ich brauche... Du musst jetzt aufhören, Lightball. Gut. Gut. Ich würde jetzt nicht anpassen, wie er in der Hunde steht. Gut. Gut. Mehr als ein Dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will ya? Aber gerne doch. Herr Leary, oder wie er hieß. Ah, Fallbericht, 17 von 18 Hinweisen, 15 von 20 Fragen, richtig, ist okay. Bigelow ist zwar in Ganova, aber er hätte Lightfall hingehängt, wenn man ihn dazu ermutigt hätte, habe ich aber nicht. Und damit denke ich, soll es das für diesen Teil gewesen sein und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.